Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Wissen. Heute 10 erstaunliche Fakten über den Liverpool-Trainer Jürgen Klopp. Ja, wir alle kennen Klopp für sein gutes Verhältnis mit seinen Spielern und seine legendären Wutausbrüche. Auch der Motivator Klopp ist uns sehr bekannt. Doch jetzt 10 erstaunliche Fakten über Jürgen Klopp. Fakt Nummer 1. Klopp, der Beisitzer. Als Trainer stand Klopp schon häufiger vor dem Sportgericht des DFB. Es ging dabei meist um seine Wutausbrüche am Spielfeldrand. Aber er stand auch schon auf der anderen Seite. Als Spielerbeisitzer des DFB-Sportsgerichts soll Klopp sehr ruhig und zurückhaltend gewesen sein. Eines Tages war Klopp dann selbst Gegenstand der Verhandlung, weil er einen Schiedsrichter beleidigt haben sollte. Klopps Stellungnahme 1. Das habe ich nicht gesagt. 2. Das kann ich auch gar nicht gesagt haben, weil das Wort nicht in meinem Sprachgebrauch gehört. 3. Wenn ich das Wort doch gesagt haben sollte, entschuldige ich mich und bitte um eine milde Strafe. Fakt Nummer 2. Klopp, der Wohltäter. Klopp unterstützt die Initiative Respekt, kein Platz für Rassismus, und setzt sich dort für brasilianische Straßenkinder ein und tritt als Botschafter der Fairtrade-Kampagne für fairen Handel auf. Sein soziales Engagement zeichnete sich bereits früh ab. Als Jugendkicker trat er nicht nur durch klare Ansagen und leidenschaftlichen Einsatz auf dem Platz hervor, er wurde auch gerne zum Spielführer gewählt und durfte die Weihnachtsfeiern im Verein organisieren. Offenbar erledigte der Vollgasfußballer Klopp auch diese Aufgabe so, dass es ordentlich zur Sache ging. Fakt Nummer 3. Klopp, der Rotsünder. Als Spieler war Jürgen Klopp Mittelmaß. 325 Zweitliga-Partien bestritt er zwischen 1990 und 2001 für seinen Verein Mainz 05. Ohne Trainerschein, aber mit klarem Konzept, übernahm er ausgerechnet am Rosenmontag den Job des frisch gefeuerten Eckhardt Kauzuns. Man traute ihm die Aufgabe zu, weil er auch auf dem Platz stets als verlängerte Arm des Trainers agierte. Klopp überzeugte auf seiner Position, nicht nur durch herausragende technische Fähigkeiten, eher durch Spielintelligenz und Kompromisslosigkeit. Ich habe es in meiner aktiven Karriere leider nicht geschafft, das auf den Platz zu bringen, was sich in meinem Gehirn abgespielt hat. Ich hatte das Talent für die Landesliga und den Kopf für die Bundesliga. Herausgekommen ist die zweite Liga. In dieser Zeit sammelte Klopp fünf rote und 79 gelbe Karten. Dafür gelangen ihm aber auch beachtliche 52 Tore. Kein Wunder, angefangen hatte Klopp beim Tuss Ergenzingen als Stürmer. Fakt Nummer 4. Klopp, der Ahnungslose. Alle tun es. Es scheint so, als sei das Kochen die neue Lieblingsbeschäftigung im Fußballgeschäft. Ob Bastian Schweinsteiger, der bei Sternekoch Alfons Schubeck Nachhilfe nimmt, David Beckham, der nach bestandenen Kochkursen in Italien nun für das leibliche Wohl seiner Kinder sorgt, oder Phantom-Torschütze Stefan Kießling, der kürzlich sein eigenes Kochbuch herausgegeben hat, Erfolgsrezepte. Nur Jürgen Klopp hat mit all dem nichts am Hut. Ich kann Brote schmieren, sagt der BVB-Trainer. Schon beim fachgerechten Zerkleinern einer Zwiebel höre es bei ihm mit der Kunstfertigkeit am Herd aber auf. Zum Beweis brutzelte sich Jürgen Klopp bei einem Promi-Kochduell Maumkopf und Kragen. Dass er bei dem Wettbewerb verlieren würde, war ihm wohl schon vorher klar. Er beruhigte die anwesenden Testesser. Wenn das hier nichts wird, dann habe ich Telefonnummern sämtlicher Pizzataxis in der Tasche. Fakt Nummer 5. Klopp, der Taktiker. Taktisch ist Klopps Erfolgsrezept denkbar einfach. Mehr laufen als der Gegner. Das effektive Gegenpressing hat er sich beim FC Barcelona abgeschaut. Zur Taktikschulung zeigt der Trainer dem Team lieber Standbilder von Barca-Spielzügen statt Videos. Er schneidet Ballsequenzen in einzelne Aufnahmen, so sollten sich die Spielzüge besser einprägen. Klopp baut auf extrem hohe Laufbereitschaft. Nur so lässt sich das blitzschnelle Umschalten erfolgreich praktizieren. Bei eigenem Ballverlust schwärmen sie auf und setzen den Gegner sofort unter Druck. Ist der Ball zurückerobert, ist der Ball zurückerobert, geht es überfallartig in die Vorwärtsbewegung. Dieses System erfordert Spieler, die physisch robust und technisch äußerst versiert sind, da sie den Ball im Bruchteil von Sekunden verarbeiten müssen. Klopp, der Verliebte. Seit 14 Jahren ist Klopp mit der Sozialpädagogin und erfolgreichen Kinderbuchautorin Ulla verheiratet. Beide haben je einen erwachsenen Sohn aus früheren Beziehungen. Kennenlernten sich die beiden in Mainz. Als Klopp dort Trainer war, besuchten seine Spieler und er häufig die Gaststätte, in der Ulla kellnerte. Da sie vom Fußball keine Ahnung hatte, wusste Ulla nicht, wen sie da gerade bediente. Das gefiel ihm. Nach dem Gewinn der zweiten deutschen Meisterschaft, küsste Klopp seine Frau noch auf den Rasen. Und wie Klopp halt so ist, konnte er sich nicht mehr zurückhalten. Blöd war halt, dass ich danach noch alle anderen Spielerfrauen geküsst habe. Klopps größter Lehrmeister war der im September gestorbene Wolfgang Frank. Zu ihm hatte der Spieler ein besonderes Verhältnis. Wolfgang Frank hat uns die Laufwege eingehämmert. Für mich war das eine Offenbarung, sagt Klopp über den ewigen Zweitligatrainer, der 1998 zum FSV Mainz 05 kam und den Verein zwei Jahre lang betreute. Mit seinen klaren Vorstellungen von Systemfußball machte Frank den Klub konkurrenzfähig. Mainz war damals eines der ersten Teams in Deutschland, die das 4-4-2 ohne Libero spielte. Es hat uns Spielern das erste Mal das Gefühl vermittelt, dass wir gegen andere Mannschaften gewinnen können, auch wenn sie besser sind als wir, sagte Klopp über seinen Mentor. Fakt Nummer 8 Klopp der Gläubige Klopp ist bekennender Christ. Bereits in seinem schwäbischen Elternhaus vermittelten ihm vor allem die Mutter durch tägliches Beten den Glauben. Die Großmutter nahm den Jungen mit in die Kirche. Noch heute besucht Klopp regelmäßig Gottesdienste und betet. Seinen Glauben vertritt er öffentlich, unter anderem im Rahmen eines Buches, das in einem evangelischen Verlag erscheint. Fußballbibel Sein Verhältnis zur Religion beschreibt der Trainer so Ich bin nie auch nur im Ansatz zu erschüttern gewesen in meinem Glauben. Man könnte mich neben den Urknall stellen und es wäre für mich nicht möglich. Fakt Nummer 9 Klopp der Autofahrer Klopp fährt einen Opel Insignia mit 325 PS. In seinem Ferienhaus auf Sylt fährt der Coach am liebsten mit einem Opel Adam. Sehr bodenständig. Es geht aber auch anders. In Klopps Garage steht ein gelber Porsche 911er bereit. Nur für alle Fälle. Fakt Nummer 10 Klopp der Schleifer Wenn es etwas gibt, das der Trainer und der Mensch Jürgen Klopp nicht verzeiht, dann ist es mangelnde Einsatzbereitschaft. Man kann mit mir über alles reden, nur nicht über zu wenig Einsatz. Es gibt keinen Grund, warum man sich nicht bis zum Limit einsetzt. Keinen Grund. Nachdem der Aufstieg im Jahr 2004 endlich geschafft war, verdonnerte Klopp sein Team im Sommer zu einem ganz speziellen Trainingslager. In die Wildnis Schwedens. Die Spieler durften kein Essen mitbringen und es gab keine Elektrizität und trainiert wurde auch nicht. Nur Fischen war erlaubt. Klopps Trainer starb, hielt den Chef für verrückt. Doch das Survival-Camp schweißte die Spieler zusammen. Als wir dann in der ersten Bundesliga anfingen, konnten die Leute kaum glauben, wie stark wir waren. Freut sich Klopp noch heute. Mainz landete als bester Aufsteiger am Ende der Saison auf Platz 11. So, das war es mit den 10 Fakten über Jürgen Klopp. Schreibt es einfach mal in die Kommentare, welcher Fakt euch am besten gefallen hat. Ich wusste eigentlich am wenigsten über Klopps Glauben. Das war mir ziemlich neu. Schreibt mal in die Kommentare, was euch am besten gefallen hat. Ansonsten schreibt natürlich auch in die Kommentare, was ihr gut oder was ihr schlecht fandet. Und sonst sehen wir uns bei der nächsten Folge und ciao! Bis zum nächsten Mal!